Aber ich wollte trotzdem gerne jetzt mal ein bisschen Hautpflege noch besprechen, weil ich finde das ganz wichtig, weil es für mich einfach ein wichtiges Thema ist. Und vor allen Dingen, seit ich bei den Türkisen arbeite, wie man sie nennt, oder auch bei Douglas, habe ich wirklich extrem viel kennengelernt, was Hautpflege angeht. Und ich kann euch sagen, Freunde, ich habe mich vorher schon dafür interessiert, aber jetzt nochmal so diesen Zugriff zu haben auf verschiedene Marken und auch einfach mal was testen zu können, das hat für mich schon einiges geändert. So, und deshalb möchte ich gerne über eine Marke sprechen, die ich in diesem Zusammenhang auch entdeckt habe. Die haben mich zwar witzigerweise parallel auch angeschrieben, weil sie eines meiner Videos auch sponsern wollten und ist jetzt kein Geld geflossen, aber ich wollte es trotzdem gerne einfach mal vorstellen. Und das ist die Marke The Ordinary. Und warum solltet ihr euch diese Marke kaufen? Naja, weil es eben nichts mit diesem typischen Kosmetikding zu tun hat, weil die Produkte relativ günstig sind, sehr gut funktionieren. Und weil du dir im Grunde genommen dein eigenes Chemielabor zusammenstellen kannst. Denn wenn du dir mal anguckst, wie viel ich jetzt hier davon habe, das ist auf jeden Fall schon mal eine ziemliche Ansage. Und das ist auch so ein bisschen das Konzept der Marke, glaube ich, dass man versucht, verschiedene Inhaltsstoffe einfach in Seren zu verpacken. Also du hast zum Beispiel hier so ein Serum, da ist Niacinamid und Zink drin. Das sind zwei Inhaltsstoffe, die eine bestimmte Auswirkung auf die Haut haben. In diesem Fall, dass sie das Hautbild verfeinern, die Strahlkraft der Haut erhöhen. Und so kann man sich eben, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen davon, kann man sich eben so sein persönliches Set quasi zusammenstellen und genau die Probleme adressieren, die die Haut, sage ich jetzt mal, hat. Beziehungsweise, weil die Produkte auch alle jetzt nicht so viel kosten. Ich meine, ein Serum habe ich jetzt hier dabei, was ein bisschen teurer ist, aber die meisten sind so im Preissegment 10, 15, 20 Euro, was nochmal okay ist, um das irgendwann mal auszugeben. Da kann man auf jeden Fall auch ein bisschen rumtesten und so eben dann auch Produkte finden, die man sehr gut verträgt. Brenn Club schreibt, habe von denen ein Koffeinserum für die Augen, wirkt wirklich sehr gut. Das habe ich tatsächlich auch, werde ich jetzt aber hier nicht zeigen. Was ich persönlich sehr geil finde, sind die vier Produkte, die ich jetzt hier habe, plus noch eine Maske, die ich euch zeigen wollte, plus noch einen Moisturizer, eine Feuchtigkeitspflege, die meiner Ansicht nach sehr, sehr gut funktioniert. Und deshalb haben wir jetzt hier sechs Produkte und die werde ich euch einfach mal jetzt vorstellen, der Reihe nach. Fangen wir an mit einem Produkt gegen sensible Haut. Ihr habt das vielleicht ein oder zwei Mal in meinen Streams gesehen oder in meinen Videos früher. Wenn die Lampe hier scheint, ja, ich meine, ich habe ja hier diese fette Softbox, meine Haut neigt dazu, unter diesem Licht rot auszusehen. Vor allen Dingen hier auf den Wangen, hier oben. Die glänzt übrigens auch dann hin und wieder, ne, das ist aber kein wirklicher Glanz, sondern einfach, weil die Lampe so stark leuchtet. Ist auch bei der Hautrötung so, also wenn ich draußen unterwegs bin, ist da nichts, aber es ist immer, wenn ich vor dieser Lampe sitze. Und deshalb finde ich es manchmal ganz gut, vor allen Dingen auch, wenn man jetzt einen anstrengenden Tag gehabt hat oder man hat viel Temperaturwechsel gehabt. Im Sommer zum Beispiel 40 Grad draußen, dann Klimaanlage, dann wieder 40 Grad draußen oder whatever, wie warm es ist, 27, 30 Grad, können das auch sein. Du bist viel am Schwitzen und so, manchmal brauchst du einfach was, was deine Haut dann beruhigt und runterbringt. Deshalb habe ich jetzt hier das erste Produkt, was ich euch vorstellen möchte, ist das Hylamide Sensitive Fix Advanced Calming Complex. Also es ist ein Serum, was die Haut beruhigt, was ein bisschen dickflüssiger ist. Ich kann es euch gerne mal so ein bisschen zeigen, ja. Und was die Haut dann am Ende vom Tag oder gerne auch morgens, wenn ihr das Gefühl habt so, das ist irgendwie alles so ein bisschen rot. Man möchte das, dass es ein bisschen nicht so rot ist. Dann dieses Produkt hier ein sehr tolles Teil, was die Haut wunderbar schön beruhigt. Das besagte Koffeinserum werde ich übrigens auch gerne mal in der Beschreibung dann später verlinken, wenn das Video auf YouTube online geht, weil ich es wirklich sehr gut finde. Wenn ihr also Probleme mit Augenringen habt oder hier irgendwie so ein bisschen Falten. Geiles Teil, was das zumindest bei mir behoben hat, ja. Also manchmal wache ich auf und das ist alles so zerknautscht. Deshalb gutes, gutes Ding. Das Produkt, was die meisten wahrscheinlich kennen von The Ordinary ist das Niacinamid 10% plus Zink 1% Serum. Auch dieses Serum hat bei mir den Effekt gehabt, dass es die Haut beruhigt. Es hat aber vor allen Dingen auch den Effekt gehabt, dass es das Hautbild verbessert. Ich habe letztens noch mit einem Zuschauer von mir geschrieben, der mir witzigerweise gesagt hat, ich habe das gerade gekauft und benutze es seit einer Woche und ich finde es geil. Deshalb habt ihr auch da nochmal so ein bisschen die Bestätigung. Tolles Gerät auf jeden Fall, was das Hautbild verfeinert oder das Erscheinungsbild der Haut verbessert, was auch so ein bisschen milchig ist und ein bisschen dickflüssiger. Deshalb super nach einem Toner, Gesichtswasser oder whatever ihr benutzt oder nach anderen Serien anwendbar, bevor man die Feuchtigkeitspflege drauf tut. Was dann nochmal das Hautbild verfeinert, Poren sichtlich verkleinert, auch im Gesamten einfach nochmal so das ganze Hautbild glättet. Also das hier wirklich so das bekannteste, wäre auch glaube ich so das Einsteigerprodukt. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, also bitte bei allen von diesen Produkten immer vorher auf der Haut auch testen, ob ihr das vertragt. Aber ich würde sagen, es sind glaube ich so 12 Euro, die das hier nur kostet. So günstig kommt ihr vergleichbar nicht an sonstige Serien dran, kann ich aus Erfahrung zumindest sagen. Gut, dann ein Produkt, was finde ich auch jeder Mann mal benutzen sollte, ist eine Gesichtsmaske. Und zwar vor allen Dingen, wenn es halt schwarz ist, ja, also ihr seht hier, das ist so eine Aktivkohle und Salicylsäure Gesichtsmaske, die ich einmal bis zweimal die Woche anwende. Abends vor dem Schlafen gehen, nachdem ich meine Haut gereinigt habe, Maske drauf und das prickelt dann auch so ein bisschen. Also die ist schon relativ stark und danach sind aber dann die ganzen Hautunreinheiten weg. Das heißt manchmal kennt ihr das vielleicht nach so einem, also ihr steht da und wenn ihr irgendwie so eure Haut mal anfasst, dann sind da so Brübbelchen. Also hier ist irgendwie so, ist so ein bisschen rau, hier ist so ein bisschen rau, der Rest ist irgendwie nicht so rau. Dann denkt man sich, hm, das fühlt sich aber nicht so gut an. Manchmal hat man noch Pickel oder so kleine Unreinheiten, kleinere Mitesser oder so. Um das loszuwerden, ist so eine Maske nicht schlecht, ne, weil erstmal Aktivkohle hier drin ist, was die Poren befreit. Also Aktivkohle hat irgendwie so einen Magneteffekt, glaube ich, wurde mir zumindest so erklärt, dass es die Unreinheiten aus der Haut wirklich raussaugt. Plus dann nochmal Salicylsäure, was für so ein leichtes Peeling sorgt. Das heißt, die Haut schubbt sich, wird alte Hautzellen los, danach ist einfach alles wie neu. Das ist halt wirklich eine sehr gute Geschichte. Ist auch mit 100ml wirklich ergiebig, also kann man ewig benutzen. Man sollte aber darauf achten, auf jeden Fall abends benutzen, nicht morgens, weil ansonsten kann das auch für Irritationen sorgen, wenn da noch Sonnenlicht drauf kommt. Deshalb gerne abends benutzen und dann am nächsten Morgen mit einem richtig nice Gesicht dann aufwachen. Übrigens dann natürlich noch abwaschen, bevor ihr schlafen geht, ne, ganz wichtig. Hey Kai, ich habe nach dem Rasieren Hautirritationen. Habe schon alles probiert, nichts hat geholfen. Hast du einen Tipp? Ja, mein Freund. Und zwar zum Ersten, keinen Merkling-Rasierer benutzen. Das ist so der wichtigste Punkt, weil diese Merkling-Rasierer haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie das Haar nicht auf der Haut abtrennen, sondern so ein bisschen da drunter. Das heißt, du hast so die Haut, da steckt das Haar drin und dadurch, dass die Merkling-Rasierer so nah an der Haut arbeiten, schneiden sie das wirklich, schneiden sie das wirklich so, also es sieht so falsch aus. Also die schneiden das quasi so unter der Haut ab und dadurch ist natürlich dann, wenn das Haar nachwächst, hast du einfach Irritationen und teilweise auch eingewachsene Haare. Und deshalb keinen Merkling-Rasierer benutzen. Gerne auch richtig gut einschäumen vorher, also vorher duschen, dass die Haut richtig schön weich ist. Greif auf einen Rasierhobel zurück, kleiste dir das Zeug richtig, kleiste dir den Hals richtig ein. Dann eben auch noch eine ordentliche Feuchtigkeitspflege danach verwenden. Am besten kein Aftershave, nichts, was die Haut zu stark irritiert, sondern nur einfach eine Creme, vielleicht Bipanthen oder sowas, irgendwas, was beruhigt. Und das kann ich dir an der Stelle empfehlen. Die Feuchtigkeitspflege, die ich euch empfehlen wollte, ist die hier. Da ist Hyaluronsäure drin und ist einfach ein Feuchtigkeitsgel mit Hyaluronsäure auf jeden Fall zu empfehlen. Für mich besonders wichtig, dass es nicht die Haut fettet und nicht die Haut zu trocken hinterlässt. Das bedeutet, die Haut muss nicht Fett nachproduzieren. Das heißt, ich glänze nicht, was mich persönlich immer sehr glücklich macht, weil ich dazu neige zu glänzen. Deshalb dieses Produkt als Feuchtigkeitspflege für mich ein super, super Teil. Und wenn man jetzt zu guter Letzt noch ein bisschen was gegen Anti-Aging machen möchte, dann habe ich hier noch zwei Produkte, die genau das ansteuern, was beim Altern der Haut passiert. Denn es ist so, ab 25 geht es los. Da geht es bergab. Also auch wenn man es nicht glauben mag, aber ab 25 verliert die Haut an Elastizität und verliert an Feuchtigkeit. Das heißt, nur mal so ein bisschen als halb wissenschaftlicher Background, was passiert ist, die Haut kann sich nicht mehr so gut selber mit Feuchtigkeit versorgen. Punkt eins. Punkt zwei. Die Hautfasern, also Kollagen, Eiweiße, die in der Haut drin sind, verliert an Elastizität. Das heißt, im Grunde genommen ist es eine Verzuckerung der Haut. Das heißt, im Grunde genommen sorgt Zucker, sorgt ein Verzuckerungsprozess dafür, dass die Hautfasern, die Kollagenfasern, die Eiweiße steif werden und dann irgendwann brüchig werden. Und das ist das, was dann in Kombination mit der Feuchtigkeitsmangel einen hohen Alterungserscheinungen sorgt. Also, dass dann irgendwann Falten kommen und so. Gut, was kann man dagegen machen? Du hast zwei verschiedene Sachen. Übrigens zu Jeepoda kommen wir gleich noch. Du hast einmal ein Hyaluronserum. Ähm, Hyaluronsäure ist ein geiles Teil, weil Hyaluronsäure nämlich das tausendfache seines Gewichts, soweit ich weiß, an Wasser binden kann. Das heißt, das ist wie so ein kleiner Magnet und du kannst auf eine Einheit Hyaluronsäure, tausend Einheiten Wasser, einfach an diese Hyaluronsäure dranpappen. Ist natürlich nice, wenn du das vorher auf deine Haut tust, dann danach eine gute Feuchtigkeitspflege verwendest, dann wird diese Feuchtigkeit quasi gespeichert und auch an die Haut abgegeben. Und das ist halt sehr, sehr nice. Deshalb ein gutes Hyaluronserum kann man immer benutzen im Winter, wenn es wirklich trocken ist, die Haut. Im Sommer, wenn es ein bisschen, wenn man dieser Teigproduktion noch so ein bisschen entgegen gehen möchte oder so einen Feuchtigkeitsboost zu geben oder so eine Erfrischung. Und deshalb habe ich hier ein Produkt, das heißt Multi-Multi-Molecular Hyaluronic Complex. Da sind, glaube ich, I don't know, tausend verschiedene Arten von Hyaluronsäure drin. Es gibt nämlich verschiedene Qualitätsstufen und verschiedene Sorten. Und das hier auf jeden Fall ein sehr gutes Produkt. Und wenn man jetzt wirklich was gegen diese Kollagenversteifung tun möchte, also die Kollagenproduktion verstärken, dann habe ich hier noch das Copper Amino Isolate Serum 3. Das ist also ein Kupfer Amino Isolat, was auch ganz witzigerweise blau ist. Also wer Kupfer noch aus dem Chemieunterricht kennt, Kupfer-3-Sulfat oder so war es, glaube ich, der wird diese blaue Farbe kennen. Es hat nichts damit zu tun aus dem Chemieunterricht, aber es sorgt eben dafür, dass die Haut Kollagen weiter produziert und einfach diese Elastizität auch beibehält. Ich muss ehrlich sagen, diese beiden Produkte sind für mich so ein bisschen, ich benutze die nur manchmal, weil sie auch relativ teuer sind. Genau, das Hyaluron Serum auf jeden Fall top. Und das hier, ja, ich meine, es ist halt eher präventiv gerade, aber ich wollte es trotzdem mal gezeigt haben, weil ich es auch hier habe. Soviel also erstmal zum Thema The Ordinary. Ich merke anhand der Zuschauerzahl, dass es tatsächlich für reges Interesse sorgt, das Thema, was mich freut. Weil, ganz ehrlich, Freunde, unser Gesicht ist das Einzige, was die Leute immer direkt sehen, wenn sie dich kennenlernen. Und deshalb finde ich es einfach wichtig, auch wenn man jetzt nicht hier die tausend Serien verwenden möchte, aber zumindest mal so eine Maske zu benutzen und so ein ordentliches Feuchtigkeitsding zu benutzen, das macht ja schon sehr, sehr viel aus. Deshalb finde ich, muss das als Mann auch einfach drin sein. Soviel ist das ein.